hallo freunde hier sind wieder unterwegs und machen kampagnen aufgaben von der kampagne matz of energy und wir sollen nach protectors enclave und da reiten wir jetzt mal hin beziehungsweise reisen wir jetzt mal hin und gucken wir da machen müssen folgen wir mal in fahrt der pfade da ist hier ein reisewagen und dann reisen wir mal mit dem reisewagen in unbekannte gebiete wo sind wir hier gelandet coxie das sieht gar nicht gut aus das sieht mir ganz nach fest ins web aus ja 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 wir haben hilfe von den neverwinter wachen so die ersten haben wir hier nieder gemacht mal gucken ob wir die ziehen können brauchen wir nicht so oft hier rumlaufen hoffentlich sterb ich dabei nicht wenn wir hier ja so viele so viele noch einmal nehmen ja ja wie immer kann man direkt hier benutzen und machen die komischen und machen die komischen dämonenplatz so da ist noch mehr hallo freunde können wir gleich hier hinten hingehen die gleich mit es ist einfacher so sieht ein bisschen viel aus aber was soll's so lange wir nicht drauf gehen hoch geht's schmeißen wir mal hier unser hat der fackt an und und war und so funktioniert man halt bauer die sammelt und ist ewig drin haben wir ich habe einen vergessen die haben sich in ecke versteckt machen wir mal kurz die karte auf und können wir noch was werden mal gucken was uns hier noch erwartet ich bin mal auf den endgegner gespannt und da sind noch zwei solche solche punkte glaubt ihr ist jetzt verwirrt aber ist nicht schlimm nehmen wir die 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 mit den auch schon nach geht doch ist so der aufgabe ist vollbracht und wir folgen mal hier an dem pfad in mein nächstes unbekanntes gebiet das sieht böse aus da stehen zwei schweine und wagen so dann machen wir mal unser ding ins an hallo freunde hier bin ich hier die körper das andere dran es kommt sie dran egal ich dachte es wäre jetzt schwerer aber tja mal gucken was hier so los ist nix da kommen wir her und da müssen wir jetzt hin so auf nach bruno bettelhammer und zurück zurück zum unterreich zu bruno bettelhammer und geben dort die quest ab zu 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 Abenteuer wieder!